Biegen von Lochblech, Streckgitter, Sandwich-Material, Warzenblech Im Tutorial Video 8 haben wir das Schwenkbiegen von Edelstahl und beschichteten Materialien besprochen. Eine weitere nicht alltägliche Materialsorte sind gelochte Bleche. Beim Schwenkbiegen spannt die Oberwange das Blech zunächst gegen die Unterwange. Damit kann es im Biegeablauf nicht verrutschen und die gewünschten Schenkelmaße lassen sich präzise und wiederholgenau erzielen. Ähnlich verhält es sich auch beim Streckgitter. Bei diesen vorher eingeschnittenen und auseinandergezogenen Blechen bleibt das scharfkantige Material auf dem Tisch liegen und erleichtert das Handling erheblich. Es ist jedoch sehr entscheidend, an welchen Positionen gebogen wird. Biegt man wechselweise auf den Knoten und zwischen den Maschen, variieren die Biegewinkel aufgrund des Materialverhaltens beträchtlich. Spannt man hingegen immer auf den Knotenpunkten, lassen sich relativ wiederholgenaue Biegewinkel erzielen. Bei Metallfassaden kommen häufig Sandwichmaterialien zum Einsatz. Durch Stepbiegen kann man mit diesen mehrlagigen Blechen große Radien erzeugen. Wesentlich häufiger werden jedoch vorab Kerben an den späteren Biegelinien ins Material eingefräst. An den Kerben lässt es sich sehr scharfkantig biegen. Obwohl der Kraftaufwand gering ist, erfordert eine gleichmäßige Biegekante ein maschinelles Abkanten auf einer Schwenkbiegemaschine. Wichtig für optisch einwandfreie Biegeergebnisse ist es jedoch, die Materialien exakt im Biegegrund zu kanten. Als letztes wollen wir auf Warzen, Tränen oder Riffelblech eingehen. Das Schwenkbiegen spannt zunächst das Material, bevor das Biegen beginnt. Das vereinfacht das Handling, vermeidet ein Verrutschen der Bleche und erzielt wiederholgenaue Schenkelmaße beim Biegen. Schwenkbiegen – geeignet für ein extrem breites Materialspektrum.